Hallo, ole ole, so viele, aber mit dir rede ich. Wer bist du? Ich bin der Stefan Schwarzenberger. Der Stefan. Wie heißt die Gang hier? Unsere Gruppe heißt Panergy Steel Orchestra. Panergy. Warum Panergy? Wegen Pfanne? Genau, also Panergy ist ein Wortspiel. Es verbindet Pan, die Pfanne, wie die Einheimischen in Trinidad zu ihrem Instrument sagen, mit dem Wort Energy, Energie. Das ist doch hier, wo die Leute auf Hawaii ihre Musik mitmachen, oder nicht? Naja, das meint man immer, aber es kommt aus Trinidad, Tobago. Trinidad, ja. Trinidad, Meiji. Hätt ich gewusst. Ja, hättest du gewusst? Ja. Dann bist du auch schon ein bisschen länger auf der Welt. Ja. Okay, alles klar, ich bin gespannt. Danke. Das ist doch hier. Das ist doch hier. Das ist doch hier. Das war's für heute. Oh, ihr habt so eine Stimmung reingebracht. Das ist unglaublich. Die Bude hat gebebt, wirklich. Ihr seid wirklich toll. Es steckt aber viel Arbeit dahinter, das merkt man. Weil so zusammen zu sein und so viel Stimmung reinzubringen, ist nicht so einfach. Und ihr habt seinen Hauch von Karibik in dieses Studio gebracht. Ich würde in ein Konzert von euch gehen. Ich würde eineinhalb Stunden locker ausreißen. Danke. Stimmen wir auf. Also ich sag mal, danke, Stimmen wir auf. Ja. Los Migos Adomos. Das war jetzt alles live. Ja, es war alles live. Super. Karina. Karina. Was? Drücken. Hab ich noch nie. Grün oder low. Danke. Geil, dann. Genau so muss das sein. Super. Danke. Wir sehen uns bei der Entscheidung wieder. Also es ist schön, dass die Karina aus sich voll rausgegangen ist. Und wir wollen ja, durch das, dass wir uns auch bewegen und tanzen, diese Emotionen vermitteln. Und dann bekommt man viel Energie zurück. Und das ist natürlich, mehr kann man sich nur wünschen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.